Mein Name ist Till Rippmann, ich bin Deputy Editor vom Weiss Magazin in der Schweiz. Das heisst, ich bin verantwortlich für alles, was an Inhalt herauskommt im Weiss, also Weiss.com, Noisy, Modernboard und Munchies. Also ich bin nicht nur Journalist beim Weiss Magazin in der Schweiz, sondern auch Deputy Editor in der Schweiz. Das heisst, ich bin verantwortlich für jeden Content, also jeden Inhalt, der in einem von den Weiss Magazinen in der Schweiz erscheint. Das beinhaltet bei uns Weiss.com, also sozusagen Mutterplattform, nachher Noisy, die sich um Musik kümmert, dann Modernboard, wo es hauptsächlich um Technik geht und Munchies, die sich mit Essen auseinandersetzt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die meisten von unseren Journalisten und Autoren, die setzen sich mit der Sprache und mit dem Gegenstand, den sie behandeln wollen, differenziert auseinander als der durchschnittliche Bürger, der nachher der Text vorgelegt wird oder der, der halt liest. Und das ist irgendwo auch der Job von einem Journalisten, dass er einen komplexeren Gegenstand in eine Form bringt, die verständlich ist. Und insofern braucht er eine verständliche Sprache. Also zumal jeder Artikel seine eigene Charakteristika hat, was Inhalt betrifft, also jeder Artikel hat einen anderen Inhalt, hat er auch eine andere Recherchestruktur. Wenn ich über Hannah Arendt schreibe, dann lese ich ihre Bücher, wenn ich will wissen, was die Bilanz ist von einer Waffenfirma, dann probiere ich an die Bilanz hinzukommen und dann aus dieser Schlüsse zu ziehen. Es kommt ganz davor, was der Zugang ist zu einem Thema, was die These ist von mir aus oder was man halt daran will sehen. Bei den Zombie-Apokalypsen, das hat einen gewissen satirischen Charakter auch. Es geht dort, eben jetzt im Vergleich dazu, hat wirklich eine amerikanische Wissenschaftlertruppe ein Szenario entworfen, wo es dann zum Schluss gekommen ist, dass man am besten in die Rocky Mountains geht. Grundsätzlich ist das, ich rede mal von so Artikel von sogenannten Lokalisierungen, das sind Texte, die man für verschiedene Regionen eigentlich in der gleichen Form machen kann. Es gibt das für Deutschland, Österreich und jetzt auch für die Schweiz. Und dort ist es so, dass jemand die Idee hat, dass man sich mal fragen könnte, wie wäre ich es dann, wenn. Und dann wird ein entsprechender Auto, der sich halt mit der Thematik auseinandersetzt hat, in dem Fall Zombies, darauf angesetzt, das Szenario halt für seine Regionen zu entwickeln. Und bei mir ist das die Schweiz. Zugang. Also Zugang, Aufhänger. Bei uns geht es darum, dass wir eine spezielle Perspektive haben auf ein Thema. Und am liebsten einen Zugang, was speziell ist. Also wenn ich zum Beispiel über einen Boxer schreibe, dann ist es am besten, wenn ich den Boxer kenne und mit dem wirklich reden kann. Oder wenn man sogar jemand schreibt, der selber ein Boxer wäre oder der Trainer ist von einem Boxer oder einen Boxer begleitet hat. Jemand, der eine spezielle Einsicht in das Thema hat. Also wir versuchen nicht, universal Leihen eigentlich, wo ich mich übrigens auch darunter erzähle, anzustellen zum Text zu schreiben. Sondern die Leute, die Text schreiben, respektive Reportagen von uns machen, haben am besten einen spezifischen und vor allem persönlichen Zugang zu der Thematik, die sie behandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017